...über Außenpolitik und Diplomatie bekommen, bevor Sie dieses Amt antraten. Kennen Sie denn nicht den 2 plus 4 Vertrag, Artikel 2, von deutschem Boden wird nur Frieden ausgehen, steht dort. Während Kanzler Scholz mühsam versucht uns einzureden, dass wir nämlich durch die Lieferung von Theo Leopard 2 angeblich keine Kriegspartei werden. Und dass angeblich unser Leben nicht gefährdet ist. Stellen Sie, Frau Baerbock, nun missverständlich klar, Deutschland ist Kriegspartei. Und Sie, Frau Baerbock, scheinen den Kampf gegen Russland zu wollen. Bis zum Sieg, bis Russland ruiniert ist, wie Sie schon mal gesagt haben. Damit haben Sie den letzten Beweis dafür geliefert, dass Sie am falschen Platz sind. Sie setzen unser aller Leben aufs Spiel. Wir wollen keinen Krieg gegen Russland. Wir wollen Frieden. Und das geht nur, nur mit Diplomatie. Und mit gleicher Sicherheit. Und zwar für alle einschließlich Russland. Nicht auszudenken, was Sie, Frau Baerbock, sich zu den jüngsten Forderungen aus Kiew sagen. Kaum gibt es die Zusage von Kampferpanzern, legt Zevenski nach. Jetzt sollen es bitteschön noch Kampfjets sein. Und Landstreckenraketen für die Ukraine. Wir können nicht zulassen, dass Sie auch darüber noch entscheiden, Frau Baerbock. Wir fordern Sie auf, nehmen Sie Ihren Hut unvertüglich, besser heute als morgen. Ja, sie muss weg, aber das. Vielen Dank.